Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Yuma Ra... Yuma Ra... Midnight Shadow. Wir sind noch immer hier und wir wollten diesen Blutflecken folgen, die wirklich sehr stark nach oben gehen. Ja gut, es lockt. Also gehen wir lieber nach oben. Vielleicht können wir endlich mal nach oben, weil die letzten Male konnten wir weder nach oben noch nach unten. Ach, jetzt sind wir oben. Okay, ich weiß auch nicht, ob mir das gefällt. Sind wir oben überhaupt? Ja, wir sind oben. Ja gut, wenn wir einmal hier sind, dann nehmen wir das Angebot natürlich an und speichern mal hier oben in der Etage. Wir waren jetzt halt unten in diesem einen Raum noch nicht. Das finde ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Ja, wieso speichert es nicht? Ach, jetzt. Ich wäre am liebsten noch mal runter gegangen. Aber leider hat das nicht hingehauen. Ich bin sehr traurig. So. Guck, guck, bin da. Ich suche meine Freundin. Eigentlich... Jetzt überlege ich natürlich... bin ich nie hier reingegangen. Ähm... Was ist denn? Oh Gott. Ähm... Bitte was? Woher soll ich das denn wissen, dass da was ist? Okay, lassen wir weiter rein jetzt hier. Ja, ich weiß. Das mit den von oben nach unten fallen, das ist so... Hm... Das ist ja seltsam. Okay, so kann man es also sehen. Hier müsste irgendwo noch was kommen. Okay. Hier ist normalerweise ein Fahrstuhl oder was? Können wir uns hier verstecken? Ne. Okay. Was war das denn? Oh Gott. Ist da eine Schranktür aufgegangen? Das kann ja was werden. Zack, bin ich wieder angespannt. Äh... Äh... Okay. Hier war noch eins? Ja. Okay, ich laufe jetzt mal hier lang. Da aus diesem Schrank. Uff. Ach du Heilige. Oh Gott. Sind wir jetzt hier bei... Mario? Oh Gott. Oh Gott. Ja, bitte. Oh. Das sind aber keine netten Möbel vom Biest. Oh Gott, ey. Draußen scheint voll schön die Sonne. Ich glaube, ich gehe dann erstmal raus. Hier ist so dunkel drin. Und... Haben wir eigentlich jetzt gesaved? Ich glaube schon, oder? Was ist denn hier nur los mit diesen ganzen... Okay. Okay. Also da, 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 da... Okay, wir speichern doch nochmal. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich gespeichert habe. Wir haben meine Message hinterlassen. Okay. Alles klar. Oh Gott. Ähm... Geh doch weg. Fall endlich auseinander. Oh. Okay. Bitte nicht auch noch die Betten. Okay. Fällt hier vorne jetzt auch noch was runter, oder? Okay. Dann rennen wir mal hier... Oh Gott. Boah. Was hier los ist, ey. Hier, da ist eine Treppe. Hier kommt auch gleich wieder was runter. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Unfair. Uh. 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 Oh. Oh Gott! Ach du Scheiß, also hier passiert doch alles! Der Kronenleuchter! Der Kronenleuchter! Ich kann mich nicht bewegen! Oh Gott! Die Fenster! Nein! Nein! Oh Gott! Das hat gebrannt! Das hat er gemalt! Oder die gemalt! Oh Gott, was ist denn hier los? Geht doch bitte alle kaputt einfach! Ich will irgendwas machen mit dem Ding! Soll ich es anbrennen? Was soll ich nur tun? Okay! Oh Gott! Oh Gott! Hör doch auf! Oh Gott! Nein! Nein! Was ist denn das bitte? Oh Gott! Okay! Nein! Die Flammen! Nein! Nein! Was soll ich denn machen damit? Also erst die Stühle, dann der Tisch! Okay! Jetzt kommt der Tisch! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Das Ding! Oh Gott! Oh Gott! Man kann nicht mehr da langlaufen, wo das Zeug liegt! Also ich glaube, wir sollen dann das Ding dazu bringen, dass es da anbrennt, oder? Was? Was? Was war denn jetzt bitte? Toll! Ich habe jetzt schon wieder einen Trophäe gekriegt, dafür, dass ich 50 Mal gestorben bin! Ich weiß nicht, ob mir das gefällt! Okay! Sollen die immer mal ihren Stuhltanz machen hier? Ich muss ganz kurz meinen Laptop anschließen, das wird jetzt eventuell, hört ihr mich jetzt gleich nicht, ein paar Sekunden, aber ihr seht, was passiert! Oder hat es jetzt einfach reibungslos funktioniert? Das wäre ja maus neu! Ich gucke mal gerade auf die Aufnahme! Ne, die läuft! Oh! Jetzt ist er direkt übergegangen dazu! Oh Gott! Ah! Uh! Das war auch knapp jetzt! Okay! Oh! Oh! Wir müssen das Ding da entflammen! Oh Gott! Wie viel mal muss denn das fallen? Fünfmal bestimmt, oder? Also wenn ich Spielentwickler wäre, ich würde sagen, fünfmal! Zwei! Drei! Drei! Vier! Oh! Oh! Scheiße! Oh! Dann haben wir noch die Pflanzen! Was passiert da mit den Büchern, bitte! Oh Gott! Das sieht so etlich aus! Das ist der mal kaputt! Endlich! Oh Gott! Okay! Nein! Nein! Wo ist er? Oh Gott! Da war er! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay, das war's jetzt! Drei Vier Gucken Fünf, ja genau fünf Hä, hat es mich getroffen? Hä? Okay, scheinbar hat es mich getroffen Geht hier bitte kaputt jetzt endlich Ich wäre euch sehr verbunden Geht doch, sogar zusammen Okay Da ist er, okay Oh Okay Oh Gott Nein Es verarscht mich Wisst ihr, was gemein wäre, wenn es ein Spiel geben würde? Wo das Spiel einen selbst durchschaut irgendwie Oh, okay Eins Zwei Drei Vier Fünf Okay Jetzt kommt die Flammen Okay Okay Oh, da soll man vielleicht das Feuer anmachen Jetzt eben ist nämlich alles perfekt einfach hingefallen Und kaputt gegangen Es war schön am Rand Oh Gott Oh Gott Und meine Nase krabbelt Oh, es ist meine Nase gekrabbelt Ach, Leutis Also entweder wir müssen das Ding anpacken Wie es auf der Notiz so war Oder wir müssen den Kamin anpacken Oh, jetzt geht's los Oh Gott Oh Gott Okay Das mit dem Feuer Das ist halt so eine Sache, ne Uäh Eins Das ist halt hier so verteilt So extrem Zwei Drei Das ist echt blöd Vier Fünf Okay Alles klar Ja Es bringt Oh Gott Oh Gott Mein Herzbuch hat voll Ich kann nichts machen Das macht's von selbst alles Oh nein Wir waren doch noch gar nicht überall drin In den allen Räumen Aber warum Was Was Okay Wir sind wieder draußen Ich höre die Grillen Zwirpen Ach nö Ich war in dem einen Raum nicht drin Ach verdammt Das ist echt unschön Naja Jetzt haben wir wenigstens die Bruchbude Zur Bruchbude gemacht Wirklich Jetzt ist es wirklich ein empty Haus Ich kann immer noch nichts machen Aber wir haben den kleinen Hund Der kleine Hund Was ist das jetzt Was ist das jetzt Hä Wo ist denn da was Habt ihr da was gesehen Dann muss ich mir nochmal Da Aufnahmen angucken Geist Da waren Eine Menge Geister Manche wirkten Als ob sie Als ob sie noch jemanden suchten Den sie lieben Und verloren haben Zum Beispiel wie die Kinder Und so Ich hoffe Dass Jeder Jeder der in der Nacht Umher wandert In der Stadt Sicher ist Oh ja Trophäe erhalten Mit Neid Ach ne Neid Town Hatten wir das letzte Mal Glaube ich Oder Neid Ja irgendwas mit Neid Achso Muss ich klicken Ja Kannst vergessen Okay Wir sind noch draußen Wir sind Jui Okay Ich verstehe nicht Wo bin ich Ja wo bin ich Was ist hier noch los Ich sollte die Straße finden Und nach Hause gehen Okay Wo sind denn wir A B C D Go home Okay Wir sind doch hier In irgendeinem Wald Oder Ein Gründelwald Äh Okay Gut sie ist verschwunden Ein Kühlschrank Oh Okay Oh nein Wir können den Kühlschrank Verstecken Bei Indiana Jones Gesehen Okay er geht weg Was Was ist das Was ist das Hä Hat die jetzt echt noch nie Einen Geist gesehen Der Geist Will er mich nicht Attackieren Also Ähm Hier Angreifen Normalerweise Kommen sie zu mir Und wollen mich Oder versuchen mich zu schlagen Oder zu kriegen Aber warum Warum denn jetzt nicht Stimmt Stimmt sind wir auch schon Geist Wir gehören einfach schon Zu denen Ich bin kein Freund Von so Weitläufigen Arealen Meistens ist Gibt es dann Irgendwas Schlimmes Ich kann das nicht öffnen Okay Das ist sehr gut Weil hier oben Gibt es ja eh noch einen Weg Gar nicht so schlimm Dass ich das nicht öffnen kann Oder sind wir am Damm Kann das sein Dass wir am Damm sind Ich meine es ist zwar Gerade kein Damm Aber hier ist Wasser Glaube ich zumindest Ich glaube das Blaue Soll Wasser sein Ne hier geht es nicht weiter Das erinnert mich gerade an Wie heißt Äh Chaco Chaco Äh was machst du hier Bist du Hast du nach mir gesucht Ja Ja Danke Sind wir nicht gestorben Chaco Ich muss nach Hause gehen Äh Äh Mom Mama Mama Macht sich garantiert Sorgen Um mich Äh Hä Chaco Wo gehst du noch hin Okay Okay Wir sind wieder hier Dum 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 In unserem Revier Dum 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 Wir sind die Haru Dum 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 Fireflies live longer Fly Fireflies Run a little longer Gain coins Braucht man nicht Normal ribbon Carry extra pebbles Nö Fireflies Live longer Fireflies Fireflies Nicht Glühbirnchen Äh Glühbirnchen Verstehe ich nicht Oder Libellen Dann verstehe ich es noch weniger So Wir sind mal wieder Eine sehr gute Sehr gute Tochter Wir gehen erst mal Nachts wieder raus Weil wir Das können Aber erst will ich mal gucken Warte mal So Also Bridge Shrine Woods Ich gehe mal davon aus Dass wir jetzt zu den Woods müssen Pond Oder ist das Müllhalde Was heißt ein Pond Ich gucke da gleich mal nach Mountains Shrine Observatory Egal Ich werde jetzt hier speichern Und einen Coin Verwenden Äh Jo Ja Und dann Beende ich mal Diese Folge Und würde mich freuen Wenn ihr morgen wieder Mit dabei seid Ansonsten Wende ich euch noch Einen schönen Tag Und bleibt gesund Bis dann Tschüss Ich werde jetzt hier Einen schönen Tag Und dann Ich werde jetzt hier Einen schönen Tag Und dann Ich werde jetzt hier